Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, da steht im ersten Absatz des fünften Artikels des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Artikel regelt ein extrem kostbares und wertvolles Gut. Gut, die Meinungsfreiheit und in Kombination auch die Pressefreiheit. Es ist die Grundlage für eine offene, informierte Demokratie. Aber Wolfi, schau doch mal, was in Deutschland passiert. Wir haben hier keine Meinungsfreiheit mehr. Man darf doch gar nichts mehr sagen. Die Leute werden für ihre Meinung hier in diesem Terrorstaat schon verurteilt. Ja, okay. Und vielleicht hat das Schlaf-Schaf-Schrei-Schaf hier sogar recht. Weil in Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen, wo die Meinungsfreiheit endet und das Strafrecht beginnt. Ist Meinung in Deutschland also wirklich frei? So wie zum Beispiel in den USA? An inclusive arena for free speech, uh, where all, yeah. So, uh, yeah. You said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you think about... Yeah, I think that's true. That's my opinion. Okay. But why share it? Why share it? Especially, I mean, why share it when people who buy Teslas may not agree with you? Advertisers on Twitter may not agree with you? Um, why not just say, hey, I think this. You can tell me. We can talk about it over there. You can tell your friends. But why share it widely? I mean, this is freedom of speech. I'm allowed to say what I want to... The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. Never! They want to take away your right to vote, effectively. Freedom of speech. Das, was der reichste Mensch der Welt und fanatische Donald Trump-Unterstützer und hauchzarte Antisemit Elon Musk fast wie ein Mantra vor sich her trägt. Das ist doch das gleiche wie die Meinungsfreiheit, oder? Es übersetzt sich ja sogar in Freiheit der Rede. Redefreiheit, was ein Synonym für Meinungsfreiheit ist. Und deswegen hat doch Musk angeblich auch Twitter gekauft, um die Freiheit der Rede zu erhalten. Und heute reden wir über genau dieses Spannungsfeld. Über die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Und darüber, warum viele Leute und sogar Konzerne hier schrägerweise die US-Rechte scheinbar besser kennen als ihre eigenen. Bevor wir jedoch voll in die Materie springen, möchte ich an dieser Stelle noch ein Wort über einen wichtigen Partner des Kanals verlieren. Holy. Holy bietet gesündere Alternativen zu den klassischen Soft- und Energydrinks. Einfach zum selber shaken für zu Hause. Also ich benutze es wirklich fast täglich. Und wenn ihr das auch mal testen wollt, geht einfach mal auf weareholy.com und holt euch ein Starterset inklusive Shaker. Mit dem Code HeyWolfi5 spart ihr euch sogar 5 Euro auf eure erste Bestellung. Und Bestandskunden bekommen mit dem Code HeyWolfi ohne die 5 immer 10% Rabatt. Probiert es selbst aus. Also ich finde es super. Und genauso super finde ich natürlich die Meinungs- und Pressefreiheit. Weil auch sie die Grundlage natürlich ist für das, was ich hier tue. Daher weiß ich natürlich aber auch, wie zerbrechlich und kostbar Meinungsfreiheit sein kann. Nicht nur, weil zwei Drittel aller Menschen diese nicht oder nur sehr eingeschränkt kennen. Sondern auch, weil Meinungsfreiheit als Begriff immer auch ein Spielball der Politik ist. Und alle Volksvertreter sich gerne auf die Fahne schreiben, die Verteidiger der Meinungsfreiheit zu sein. Wie auch er hier. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie gar nicht denkbar. Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, ist das zentrale Recht in einer Demokratie. Und immer war es die Meinungsfreiheit, die als erstes kassiert worden ist, wenn die Obrigkeit Obrigkeit wurde und wenn der Staat übergriffig geworden ist. So war es immer und so wird es immer bleiben. So ist es auch. Denkt bitte nur an die ganzen Zensurgesetze, die wir mittlerweile haben. Denkt bitte an die Zensur im Internet. Denkt an das, was die EU gerade vorbereitet, um die Kontrolle über die Öffentlichkeit. Ja, und ich hoffe, dass Björn Höcke das auch nochmal seiner Partei sagt, die Ungarn als Vorbild formuliert. Obwohl in Ungarn inzwischen die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt wurde. Eben vor allem durch Gesetze und die Zerschlagung von Zeitungen und Medienkonzerne durch die rechtsnationale Regierung unter dem Verschwörungstheoretiker Viktor Orban. Reporter ohne Grenzen berichtet davon, dass inzwischen in Ungarn Listen mit unliebsamen Journalistinnen veröffentlicht werden und die Regierung Regimekritiker mit Software überwachen lässt. Inzwischen geht die Pressefreiheit in Ungarn als stark eingeschränkt. Und das Land liegt sogar im Ranking aller Nationen auf Platz 67 von 180. Zum Vergleich, Deutschland liegt auf Platz 10. Platz 1 ist Norwegen. Der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 10 ist im Kern aber vor allem, dass in Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder leider Journalisten und Journalistinnen angegriffen und in ihrer Arbeit von vor allem Demonstrierenden behindert wurden. Zudem ist die deutsche Regierung deutlich intransparenter als die dänische. Aber auch dieses Ranking der Reporter ohne Grenzen ist natürlich auch ein gefühlter Fakt, fällt vielleicht sogar unter Meinungsfreiheit und ist halt weniger ein unumstößlicher Fakt. Weil würde man jetzt Björn Höcke noch mal fragen, ob wir in Deutschland eine Meinungsfreiheit haben, würde er wohl eher weniger positiv antworten. Weil Höcke inzwischen mehrfach wegen der Verwendung von Nazi-Parolen verurteilt wurde. Auch wenn er von nichts gewusst hat. Sie wussten nicht, als sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist. Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltsatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltsatz, es ist die zentrale Losung der SA und sie sind geschichtslehrer. Höcke wurde dennoch verurteilt. Für die Verwendung der SA-Losung alles für Deutschland. Diese ist eben in Deutschland verboten. Genau wie die Hakenkreuze, der Hitlergruß oder die bekannte Grußformel der Nazis. Und darüber regte sich Björn Höcke auch auf Twitter, jetzt Ex, von Elon Musk auf. Er schrieb, dass er strafrechtlich verfolgt werde, weil er seinen Patriotismus falsch geäußert habe. Und Elon Musk selbst fragte dann, was hast du denn gesagt? Und ein anderer User antwortete, er hat alles für Deutschland gesagt in einer Rede. Und Musk antwortete darauf, warum ist das illegal? Und Höcke nutzt diese Steilvorlage, um zu erklären, dass jeder Patriot in Deutschland als Nazi dargestellt wird. Und die deutsche Gesetzgebung verhindern würde, dass Deutschland so sich selbst finden würde. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Björn Höcke das hier als Selbstfindung definieren würde. Aber es klingt ein bisschen danach, oder? Aber ihr merkt schon, für den Elon Musk ist es eben schwer verständlich, dass man für etwas bestraft werden kann, was man sagt. Weil das auch nicht seinem Selbstverständnis von Freedom of Speech entspricht. Weil der, als er Twitter übernahm, zum Beispiel auch direkt Donald Trump und später auch zum Beispiel Rechtsextremisten wie Martin Sellner von der identitären Bewegung entspürt hat. Weil in Masken libertärer Gedankenwelt ist jede Stimme erlaubt, auch wenn sie Lügen, Hass und Volksverhetzungen in die Menge brüllen. Und im Kern deckt sich das ja mit der US-Rechtsprechung. Doch diese ist eben nicht die Deutsche. Die Amerikaner haben im ersten Verfassungszusatz eine deutlich, deutlich breitere Fassung des Begriffes als wir in der Bundesrepublik. Ein bekanntes und oft zitiertes Beispiel dafür stammt aus den 60er Jahren der USA. Damals veröffentlichte die New York Times einen Spendenaufruf für Martin Luther King. Im Detail ging es um die Zusammenstöße in Montgomery in Alabama. Die New York Times berichtete jedoch fehlerhaft und ungenau und die Polizei klagte gegen den Bericht voller falscher Zahlen und Ungenauigkeiten. Das Ganze ging dann zum obersten Verfassungsgericht, dem Supreme Court. Und dieser urteilte im Sinne der New York Times. Denn in den USA können selbst Falschbehauptungen von der Freedom of Speech gedeckt sein, zumindest sie halt nicht böswillig produziert wurden. Die Meinungsfreiheit in Deutschland hätte hier jedoch halt nicht gegriffen, da sie falsche Tatsachenbehauptungen nicht als Meinung schützt. Und genauso wenig schützt halt die Meinungsfreiheit in Deutschland Straftaten. Wie zum Beispiel Volksverhetzungen, wie auch die AfD-Politikerin Marie-Therese Kaiser lernen musste, als sie vom Amtsgericht Rothenburg im Mai wegen Volksverhetzungen verurteilt wurde. Die Mitarbeiterin des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann hatte 2021 afghanische Helfer der Bundeswehr in Verbindung mit Gruppenvergewaltigungen gebracht, nachdem die Stadt Hamburg sich dafür stark machte, 200 gefährdete Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen. Am Ende bekamen sie eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je 60 Euro. Der zuständige Richter sagte dazu, Meinungsfreiheit hört da auf, wo die Menschenwürde anfängt. Mal ehrlich, das ist ein sehr wichtiger Satz. Doch für Elon Musk halt auch komplett unverständlich. Er schrieb dazu auf Twitter, heißt das CBK meine Geldstrafe, weil sie Statistiken korrekt wiedergegeben hat? Ist irgendwas falsch daran, was sie gesagt hat? Und er repostete dafür auch den rechtsextremen Twitter-User Antwokeness, der inzwischen als der Rechtsextremist Jack Posubik enttarnt wurde. In den USA wird dieser Mann in die Nähe von rechtsextremen Gruppen wie den Proud Boys oder den Oath Keepers oder gleich Neonazi-Gruppierungen gebracht. Oder wie man in Deutschland halt zu so jemandem sagen würde, ja, ein ganz normaler, unauffälliger AfD-Abgeordneter. Aber es ist eben vor allem das Internet. Es sind Leute wie Trump und Elon Musk, die ein Bild von Meinungsfreiheit transportieren, welches so in Deutschland nicht existiert. Genauso wie Deutschland nicht eins zu eins den absoluten Raubtierkapitalismus eines Landes kopiert hat, indem du dich entscheiden musst, ob du Medikamente oder Nahrung kaufen kannst. Die deutsche Verfassung wurde auch von Amerikanern mitgeschrieben. Und die Autoren dieser Verfassung setzten viele Lehren um, die sie aus der amerikanischen Verfassung eben gezogen haben. Weil die Amerikaner haben eben die Bill of Rights. Diese trat im Jahr 1791 schon in Kraft und eigentlich müsste man sie inzwischen deutlich anpassen für die moderne Zeit. Zum Beispiel das Recht, eine Waffe zu tragen. Damals waren das Frontladermusketen. Ein Schuss, zwei Minuten nachladen. Heute sprechen wir von Sturmgewehren, die dutzende Hochgeschwindigkeitsprojektile verschießen, ohne nachladen zu müssen. Daran haben die Gründerväter wohl eher nicht gedacht. Und sicherlich nicht an das Internet. Denn in Zeiten digitaler und dezentraler Propagandakriege im Internet kann Meinungsfreiheit auch als Waffe und Deckmantel genutzt werden. Ein Beispiel, wenn Elon Musk sagt, dann meint er Freiheit für sich selbst, nicht zwingend für andere. Denn auf X, wie es jetzt heißt, wurden und werden die Stimmen von Kritikern gegenüber ihm selbst mundtot gemacht. Teilweise werden sie gebannt. Er ließ den Algorithmus umschreiben, dass seine Posts viel öfters empfohlen werden als die von allen anderen. Und er brachte in der gleichen Zeit Rechtsextremisten und Faschisten zurück auf die Plattform. Elon Musk ließ darüber hinaus, Menschen aus seinem nächsten Umfeld überwachen und ausspielen. Sein eigenes Kind versties er und erklärte er als tot, als es sich als Transfrau outete. Getötet von Vogue-Mind-Virus. Seine Tochter ist aber natürlich sehr lebendig. Nur nicht auf X, sondern auf Sweats. Wenn Elon Musk Freedom of Speech sagte, dann nutzt er diesen Begriff eben als Waffe, nicht aus Überzeugung. Er will kontrollieren, was gesagt wird, was gedacht wird, was wahr und was falsch ist. Und viele Deutsche sehen das und denken sich, ja, dann ist das bei uns bestimmt genauso. Und leider vertreten diese Haltung auch noch immer viele US-Konzerne wie Facebook oder Google. Denn wenn man Volksverhetzungen und Lügen zum Beispiel hier auf YouTube meldet, dann passiert eigentlich nie etwas. Ganz im Gegenteil sogar. Heute bin ich zusammen mit Sonne Kettner eingeladen worden von Google in die Hauptzentrale nach Hamburg. Ja, hier sieht man die YouTuber Olli und Kettner Edelmetalle als Gast bei Google Deutschland bzw. YouTube. Beide gehören mit zu den aktivsten und dreistesten Verbreitern von Fake News in Deutschland. Kettner bietet immer wieder auch rechtsextremen Verschwörungsideologen eine Bühne. Und statt diese beiden zu sperren, gibt es lecker Brunch in der Firmenzentrale in Deutschland. Weil Google für sich selbst einen Anspruch nimmt, zu entscheiden, was Meinungsfreiheit wirklich ist und was halt nicht. Und wie eigentlich alle Internetkonzerne beansprucht, Google halt hier die liberalste Auslegung der möglichen US-Rechtsprechung. Mehr geht nicht. Und wie bereits gesagt, selbst Lügen können Meinungsfreiheit sein. Auch, wenn es halt in Deutschland hier nicht so ist. Das will jetzt die EU jedoch eindämmen. Und seit 2022 ist der Digital Service Act in Kraft getreten und gilt seit 2024 auch für alle großen Online-Plattformen. Dieses kurz DSA genannte Gesetz sorgt für viel Zorn bei den US-Konzernen, weil es speziell auf die großen Internetkonzerne aus den USA zielt. Ganz simpel beschrieben sagt das Gesetz folgendes. Was offline illegal ist, ist auch im Internet illegal. Und es schließt die Türe, dass sich die Konzerne eben auf ihr Hausrecht berufen können. Nach dem Motto, wenn du hier einen Account machst, betrittst du amerikanischen Boden. Und so haben Google und Co. inzwischen zähnig knirschend bereits mehr Transparenz zum Beispiel bei Ad-Schaltungen eingeführt. Aber noch ist halt wirklich sauviel Luft nach oben. Und wirklich viel Bewegung in Sachen Falschbehauptungen ist auch hier noch nicht zu sehen. Vermutlich ist man bei Google eben noch beim Branschen. Dennoch ist der DSA ein guter Schritt hin zu einem sicheren und besseren Internet. Denn im Jahr 2024 müssen wir zur Erkenntnis kommen, dass das Internet eben ein Werkzeug ist. Und es ist wie ein Hammer. Man darf ihn jederzeit kaufen und regulär benutzen. Aber wir müssen eben auch festhalten, dass es halt dann nicht mehr legal ist, wenn man mit diesem Werkzeug dann jemand anders den Kopf einschlägt. Werkzeuge können immer für alles Mögliche benutzt werden. Und es ist an uns, dafür als Gesellschaft Regeln zu definieren. Und das sollten wir uns nicht von Elmo aus den USA vorschreiben lassen. Einem Land, in dem der reichste Mensch der Welt bestimmt, was Meinungsfreiheit ist und was halt nicht. Meinungsfreiheit in Deutschland ist ein gewaltiges und wichtiges Gut. Aber Meinungsfreiheit heißt eben hier auch, dass du sagen darfst, was du willst. Ohne Zensur und Unterdrückung. Es heißt aber nicht, dass alles, was du sagst, straffrei bleiben muss, weil es ja deine Meinung ist. Ganz simpel gesagt, deine Freiheit endet eben dort, wo die Freiheit anderer anfängt. Oder noch einfacher gesagt, es mag legal sein, in den USA auf der Würde, andere herumzutrampeln und Lügen zu verbreiten. Aber wir leben nicht in den USA. Wir leben in Deutschland und wir Deutschen wissen besser als viele andere, dass Menschenwürde und Freiheit nicht zwei Aspekte einer Verfassung sind, sondern untrennbar miteinander verwoben sind. Und niemand hat die Freiheit, anderen ihre Würde zu nehmen. Auch nicht die Meinungsfreiheit. So einfach ist das im Kern. Das ist eben das Kernelement unserer Verfassung. Lasst euch nicht von denen, die mit Meinungsfreiheit nur ihre eigene Freiheit meinen, erzählen, was Meinungsfreiheit eigentlich sein soll. Und lasst euch nicht von denen täuschen, die einen Sticker mit der Aufschrift Satire auf ihren Hass kleben und sich dann besonders schlau fühlen. Weil sie zeigen euch nur das, was ihnen nützt. Wie auch Elon Musk es eben tut. Wie Google und Co. es tun. Und auch wenn es sich in den Köpfen der Leute verfängt und immer mehr von Sprechverboten sprechen, ist es doch genau das Gegenteil. In Deutschland bedeutet Meinungsfreiheit einfach nicht automatisch auch die Freiheit von Konsequenzen. Und selbst wenn es strafrechtlich nicht relevant ist, fühlen sich heute Menschen schon unterdrückt, wenn man ihnen widerspricht. Aber auch hier ist es eben eine empfundene Unterdrückung. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt über Ausländer herziehst, dann ist es meine Freiheit, auch dir zu sagen, dass du gerade ganz schön viel Mist erzählst. Aber man darf doch hier wirklich gar nichts mehr sagen in diesem Land. Ihr Woken! Schnauze jetzt! Und aufhören mit dem Rumgeopfer. Es nervt. Und danke für eure Zeit. Und wenn ihr gleich weiter schauen wollt, empfehle ich euch dieses Video über den aktuellen Versuch von Björn Höcke, sich als Opfer darzustellen. Dafür will er jetzt Sarah Wagenknecht von der Partei Sarah Wagenknecht wegen Verleumdung belangen. Das ist einfach irre. Schaut da gerne auch mal rein. Bevor ihr aber geht, lasst ein Abo da und in den Kommentaren findet ihr einen Link zu Host Holy, wenn ihr es testen wollt. Hey Wolfie5. Also, bleibt untot.